Hallo, heute machen wir wieder einmal eine Bauchübung. Zudem habe ich mir einen Hocker genommen. Ganz wichtig, das auf dem Hocker zu machen. Wir setzen uns ans vorderste Drittel und dann zeige ich euch, wie es weitergeht. Hocker, vorderstes Drittel. Zuerst ein Hohlkreuz, dann die Gegenbewegung ein Rundrücken. Und das ist jetzt ganz wichtig, vorderstes Drittel. Und wir bleiben in dieser stabilen Beckenposition. Ganz rund, Bauchmabel richtig einziehen. Und gehen in der Position aktiv, gespannt. Runter und rauf. Runter und rauf. Die Zehenspitzen sind immer am Boden. Und so die Spannung halten. Ganz wichtig, ohne Schwung. Nur aus den Bauchmuskeln heraus. Und durch das, dass das Becken so rund ist, ist es komplett ausgeschalten. Das heißt, es wird nur über die Bauchmuskulatur gearbeitet. Ganz, ganz wichtig. Ich mache 10 Wiederholungen. Dann 2-3 Minuten Serienpause. Und dann wieder 10. So schaffe ich ganz leicht 50 Wiederholungen am Tag. Und ich wünsche euch viel Spaß. Morgen kommt die nächste Übung. Bis zum nächsten Mal.